Sie ist 14, spielt seit sieben Jahren Klavier, hat Geburtstag an einem 23. und ihre Telefonnummer endet mit 888. Das ergibt zusammen eine Zahl von 932. Was diese Zahl soll? Keine Ahnung, aber hier ist der Clip mit Simone Koppmeier. Hallo, ich bin die Simone und das hier ist mein Zimmer. Also den habe ich beim Stahlschießen, folgendes Jahr, das ist Armbrustschießen, den habe ich da im zweiten Platz gemacht. Ich bin ein großer Mariah Carey Fan. Gehen wir weiter. 100 Schilling. Keines eigentlich. Ich glaube nicht. Nein. Take that. Take that. Pizza. Cordon Bleu. Pizza und Gürus. Du hast dieses Rindfleisch in Stücke geschnitten und dann in eine Sauce. Ja, schon. Eigentlich schon. Und jetzt viel Spaß mit Alles nur geklaut. Also zuerst habe ich es ja gar nicht glauben wollen. Ich auch nicht. Aber andererseits so schlimm ist es ja wieder auch nicht. Genau. Schließlich und endlich haben es die Prinzen ja auch gemacht. Applaus für Simone mit Alles nur geklaut. Ich schreibe eine Eins und mit einem Schlag wird es Feiertag an jeder applaudiert. Das hat geklaut. Ja, es hat geklaut. Ja, es hat geklaut. Sie heben völlig ab. Keiner kriegt von mir genug. Alle halten mich für klug. Hoffentlich will ich keinen in den Wind trug. Ja, es hat geklaut. Oder das ist alles nur geklaut. Ey, ey, ey. Das ist alles abgeschrieben. Ey, ey. Das ist alles nur geklaut. Ey, ey, ey. Und das ist nicht übertrieben. Ey, ey, ey. Das ist alles nur geklaut. Es kopiert, es hat geschrieben und frisiert. So habe ich mein Säumnis auch poliert. Papa strahlt und sagt, du bist aus meinem Holz Ja, er ist richtig stolz, Mann, er hat Humor Jetzt kramt er seine alten Zeugnisse vor Und sagt mir ganz besiegt, auch er hätte sich gequält Aber Onkel Kurt hat nie mal was gefehlt Ja, er hat alles nur geklaut Ja, er hat alles aufgeschrieben Ja, er hat alles nur geklaut Ja, er hat alles nur geklaut Und das ist nicht übertrieben Ja, er hat alles nur geklaut Das Kopie ist aufgeschrieben und frisiert So hat Papa sein Zeugnis aufpoliert So hat Papa sein Zeugnis aufpoliert Ich sage Dankeschön zu meinem Nebenmann Und fühl ihn auf den Zahn Bei der Schularbeit wird die Sache gerett, wenn er neben mir sitzt Na wunderbar, das geht Doch hier steht mir viel zu spät Dass er vom Motto wirklich dicht verzieht Denn er hat alles nur geklaut Ja, er hat alles aufgeschrieben Ja, er hat alles nur geklaut Ja, er hat alles nur geklaut Ja, er hat alles nur geklaut Das Kopie ist aufgeschrieben und frisiert Das habe ich mir erlaubt Die Einde abgestaut Simone, sehr schön war das Simone, du hast gesagt, du möchtest gerne Sängerin werden Du spielst aber auch andererseits seit sieben Jahren Klavier Also seit du sieben warst Möchtest du dich da vielleicht später mal begleiten, selbst? Ja, mir gefällt es irgendwie, wenn sie einen Sänger selbst begleiten kann Ja, hast du da irgendwelche Vorbilder? Ja, der Richard Kleidermann Der Richard Kleidermann, ja Gut, du, ich danke dir vielmals Danke, Simone